Ein bisschen, aber erinnere mich noch mal, lasst uns einfach zur Geschichte kommen. Ja, normalerweise würde ich sagen, lasst uns einfach zur Geschichte kommen, aber wir können noch mal kurz hören, was er dann so erzählt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich musste leider nach der letzten Folge speichern, aber es war mal nett, das Ganze jetzt so angesehen zu haben. Das werde ich dann in Zukunft nicht mehr machen, denke ich. Aber ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Achso, ja, das sind unsere Sachen. So, hier wollten wir raus, daran kann ich mich noch erinnern und wir wollten zum Gefängnis. Das ist das Einzige, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, wo das Gefängnis ist. Oh, in der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know, preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Uh, funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. Oh, that guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ja, das erinnert mich daran, dass wir eigentlich ja auch eine Verkleidung brauchten. Das weiß ich gerade nicht. War das hier in der Gasse oder war das weiter links? Ah, nee, das war nur diese Gasse, wo wir noch nichts machen konnten. Was ist denn mit der Oma eigentlich da oben? Ach nee, Moment, hier. Nee, das ist die Schlosserin. Halt, nein, 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 nein. Nein. Ich will raus. Raus, lass mich raus. Da ist das Gefängnis. Aha. Stimmt, da hinten gibt es so Gouverneuren. Hey, Kind. So. Jetzt. Ja, das tut mir wirklich leid. Ähm, ein Monokel ist immer... Können wir das nehmen und dann die kleinen Zahlen vergrößern? Ich kann das Serialnummer nennen. Ich schreibe es, damit ich es nicht vergesse. Ah ja, sehr gut. Dann brauche ich mir die nämlich nicht aufzuschreiben. Das ist perfekt. Dann werden wir aber trotzdem vorsichtshalber... Äh... Versuchen, sich daran zu erinnern, warum ich einen Frosch bei mir trage. Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Verabrednis-Frog. Ja, das daran kann ich mich noch so einigermaßen erinnern. Die Serie mal mal lesen. Das ist das Messer für das Schraubendreher. Das Messer bewundern. Okay. Hören wir damit einmal auf. Gucken wir hier auch nochmal nach. Die meisten dieser Serialnummer wurde ausgeliefert. Hm. Okay, also Ihnen können wir anscheinend tatsächlich nicht helfen. Aber dem anderen können wir helfen. So, dann gehen wir mal zur Schlosserin. Willkommen zurück. Hiya. Hi. Ähm... Hallo wieder. Ich denke, ich würde mich... Erzählen Sie mir noch einmal... Ja, die sollen mir aber nicht erzählen, wie man den anfertigt, sondern ich will die Nummer haben. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. Ach so. Ah. Moment. Try not to touch anything. Verstehe. Das heißt, wir müssen ihr wahrscheinlich das Ding geben. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Ja, ich hatte keine Ahnung. Vielen Dank. Wir müssen auch nichts bezahlen, nehme ich an. Wir gehen dann einfach mal. Hey, Guybrush. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Ich mache mal eben deine Tür auf. Musik macht es einfach, dass du deine Füße schaffst, nicht wahr? Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. Ja, ich denke mal nicht, dass der gleiche Schlüssel... Keine Entschuldigung, aber ich möchte sicher sein, dass du nicht deinen ganzen Tag in hier verbrauchst. Nein, danke. Ich werde jetzt verbraucht werden. Eskippen sieht schlecht aus. Okay, er möchte nicht. So undicht. Ach so, ja, weil da überall Wasser runterkam. So, haben wir hier... Äh, nee, da nicht. Haben wir nicht noch so ein Buch gehabt? Quizbuch öffnen? Nee, einen Hinweis will ich. To-do-Liste, genau. Die wollte ich mir jetzt erstmal angucken. So, Lechaks Mannschaft beitreten. Daran kann ich mich noch so vage erinnern. Problem, Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall verkleiden. Einen Mob herstellen. Ach genau, da war doch was. Lechaks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen. Na gut, das können wir ja später dann. Das Geheimnis von Monkey Island finden können wir auch erst später. Den Mob-Stilbaum finden, um den Mob herzustellen. Und dann brauchen wir noch eine Verkleidung. So, hier meine ich, ging es jetzt nur zur Gouverneurin, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ja genau. Wobei da zwei Wege waren. War man da hinten auch schon mal? Ach nee, dann kommen wir da aus. Wald. Im Wald waren wir noch nicht, oder? Ah. Oh, da war doch was. Hier war doch gerade irgendwas, was jetzt gerade dahin gelaufen ist, wo wir jetzt nur noch die Augen von haben. Okay. Wenn wir jetzt hier weitergehen, was ist dann? Das kleine Kletterschiff. Oh, ich habe diese lieb, als ich sechs war. Museum für Piratenkunde. Okay. Ich habe diese lieb, als ich sechs war. Until I got trapped in one for two days. I think they're illegal now. Okay. Das war mal Carla's Haus. Once upon a time, I want a T-shirt. Right here on the front lawn. Hi there. Was haben wir denn hier gelandet? Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ich bin mir jetzt nicht 100%... Der hat ja noch nicht mal... Oh, das ist ja beschiss. Der hat ja noch nicht mal ein echtes Holzbein hier. Ich bin mir nicht sicher, aber der Typ kommt mir so bekannt vor. Ich meine, den kennen wir schon mal aus. Einen Lagerraum haben wir auch. Aus Monkey Island. An Arbeit in der Papage. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Okay. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah. That was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunderbunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Na super. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the golden hind. Autographed by Francis Drake himself. Okay. Eye patch worn by Captain John Laney. The pirate of a thousand faces. Ah, könnte man das vielleicht mit als Verkleidung nehmen? What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney. The pirate of a thousand faces. Supposedly it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though and nothing happened. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Die voodoo lady, die hatte doch was von dieser Augenklappe gesagt. Ah, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, die Augenklappe ist fast so groß wie sein gesamter Schädel. Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney. The pirate of a thousand faces. Ja, supposedly. It had voodoo powers that would disguise him. Leise die Vitrine öffnen. There's some very tiny writing on it. Sehr kleine Schrift. Okay, Moment, da gucken wir doch mal. Äh, das hatte ich nämlich auch schon überlegt. The numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Hmm, das ist schlecht. The display case is locked. Das war mir schon klar. Zumindest wissen wir jetzt, ähm, wo die ist. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee Jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scumbar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Mm-hmm. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You could tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number one on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there, so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. I'm telling you the truth. I'm sure you are. But it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an Eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Also, was er sagt über Augenzeugen ist ja nicht ganz unrichtig, aber ich kann mich nicht mal so ganz an die Story erinnern, aber es kann wirklich sein, dass wir irgendwo mal was draufgeklebt haben. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Okay. That map looks familiar. That's one quarter of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ja. Also, ich kann mich noch dran erinnern, dass er uns damals eine Karte gemacht hat. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. Warum schreit er dann so? How on earth do you have that note? Oh yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck, when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my three trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man. You're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Sam, everyone makes their own connections with the Exhibits. And it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the Exhibits tell you. Fine. Der arme Guybrush, der wurde noch nie verstanden an diesen Spielen. Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir mal mit ihm reden. Wir werden wahrscheinlich hier so nämlich nicht reinkommen. Naja, hab ich mir schon gedacht. Reden wir einfach mal. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich bin Guybrush Threepwood. Keine Wurzeln? Wow! Sind Sie nach Guybrush Threepwood? Ich glaube, Sie können das sagen. Nice. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro! If you need a place to display it, I know a convenient museum. Hm. Ihr Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ähm, ja. Ist eines dieser Dinge wertvoll? Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eyepatch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Dad! Haben Sie Karten des Waldes hier? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the mapshop in town? Ähm, ja, ich meine sogar, wir haben da doch eine Karte vom Wald bekommen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss zugeben, es ist schon eine Weile her, weil das letzte Mal hatte ich aufgenommen, ähm, ich glaube kurz bevor oder kurz nachdem ich, ähm, zwei Wochen mit Grippe flach gelegen hab. Ähm, wie ich sehe, tragen sie ein Holzbein, obwohl sie eigentlich beide Beine haben. Hi, I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docents outfit. For the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Ich schaue mich mal. Please do. So, Lagerraum betreten funktioniert auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie an diese Nummer rankommen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wenn das nicht mal funktioniert. Münzbörse. Achso, nee, das war der Hinweis. Quizbuch, To-Do-Liste. Crack. Moment, Cracker zählen. Könnte man? Polly will einen Keks. Okay, er frisst jetzt. Der Displaykopf ist lockt. Ja, aber wir werden ihn wahrscheinlich damit ablenken. Schrumpfkopf weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich müssten wir den später. Oder können wir den irgendwie vielleicht bei ihm abgeben oder so? Nee. Okay. Was war das mit dem Blühtier? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also was heißt erinnern? Das kann natürlich auch aus dieser Folge einfach nur sein. Aber das stellt jetzt keine Verbindung für mich her. Die Schnur entwirken. Achso. Achso. Okay. Na gut. Ähm. Zum Glück habe ich meine treue Pferder... Pferderüstung? Da kann er sich aber nicht mit anziehen oder so. Ich hab schon gedacht, vielleicht ist das auch noch eine Verkleidung. Okay, da müssen wir erstmal... Ist das ein leften Huch oder ein righten Huch? Okay, war hier noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Moment, da kommt mir bekannt vor... Das ist ein nice Coffin. The one with the ore. Yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Hmm, unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Ja, ich kann mich vage dran erinnern mit dem Sumpf. Aber ob das jetzt natürlich genau das Ding war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Was wir jetzt machen könnten, dass wir in den Wald gehen. Da müssten wir ja rein theoretisch... Nein, halt. Da, da, da war schon wieder was. Ich will das Ding jetzt sehen. Ich will es sehen. Aber wahrscheinlich kommt das nur... Jetzt ist er da drin. Nein, ich will das jetzt unbedingt mal... Moment, wir gehen nochmal in... Ja, ja, ja. Laber noch nicht. Geh nochmal hier rein. Und geh nochmal raus. Ich weiß nicht, ob der jetzt sofort weg ist oder ob man den kurz angucken kann aus der Ferne. Also sah zumindest irgendwie männlich aus. Ach, das ist ein Hirsch. Nee. Hä? In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Ja, gehen wir mal rein, ne? Sieht doch nett aus. Hallo, Fledermaus. Da lang gehen oder... Hier kann man aber nichts machen. Konnte man nicht. Ah, nee. Oh, das war die Pause. Okay, war ein anderes Spiel, wo man auf Space drücken konnte. Ach ja, bei Justin Beck war das, glaube ich. Gehen wir links oder gehen wir rechts rum? Keine Ahnung. Ich gehe immer links rum. Grundsätzlich. Ich höre hier irgendwelche komischen Geräusche. Nee, das war nur die Fledermausbrüche. Ohne eine Karte. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Ich kann mich da auch vage dran erinnern, dass das schon mal das Problem war. Da waren wir schon mal, ne? An der Werft. Die Docks. Haus der Gouverneuren. Können wir bei der vielleicht noch irgendwas machen? Das war ja beim letzten Mal nicht ganz so befriedigend. Da waren ja auch noch Bücher, ne? Das große Buch der Schatzkartenlein. Zutaten von Barbie Le Fay. Schiff zu Schiff Kampfstrategien. Voodoo Tricks, die sie zu Hause machen können. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Autobiografie von John Lainey. Am Ende der Planke. Also das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch, na gut, das weiß ich nicht, Zutaten. Dass irgendwas mit dem Koch zu tun hat oder so. Vielleicht auch die Voodoo Lady. Das große Buch der Schatzkarten. Das könnten wir vielleicht ausleihen. Ich habe nicht wirklich nichts zu sagen. Ich liebe es, das zu tun. Die Praxis ist schön, aber ich bin heute hier beschäftigt. Gouverneurenstab. Okay. Da kommt mir jetzt. Regierung in Aktion. Können wir auch nichts machen, ne? Haben wir denn irgendwas, was wir ihr geben können oder so? Ein Cracker wahrscheinlich hier ja nicht. Äh, Pferdeausrüstung, Münzbörse, Plüschtier wahrscheinlich auch eher nicht. Ne. Ah, Schnur. Ach so, den Schwamm. Den müssen wir wahrscheinlich nachher mit dem Wischmob oder sowas benutzen. Schrumpfkopf vielleicht? Auch nicht. Hallo? Ähm. Ich muss dich mit dem Vergebungsfrosch entschuldigen. Ah. Hier. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. That is complete nonsense. And yet, I am going to forgive you for losing my book. Ich kann es gar nicht erklären, warum. Ich habe nur diesen wunderschönen, unerwarteten Wurzeln, um sich zu entschuldigen. Du besser nicht mit etwas zu sein. Nur, äh, nicht den Wurzeln verlieren, okay? Nein, ich werde es immer mit mir halten. Es ist nicht das Geheimnis von Monkey Island. Ähm, Lai. Okay. Können Sie den Wurzeln? Hmm, okay. Oh. Ähm, können wir das denn so, ja, können wir das zurückstellen? Danke, dass du mein Buch zurückkommst. Vielleicht hast du gelernt, dass du responsabler bist. Okay. Können wir dieses Kuhbuch kaufen? Äh, du kuckst wie eine Kau. Das ist, warum ich das Kuhbuch brauche. Okay. 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 Also, bei dem anderen Buch kam ja nicht viel raus. Wir versuchen mal... Achso, jetzt. Ähm, wir versuchen mal das Buch irgendwie vielleicht dem Koch zu geben oder so. Weil ich mein Kochbuch... Oder wir müssen das Buch... Ja, obwohl lesen konnten wir es ja nicht. Ja, ja. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Äh, wir gehen pleite. Statt das vorher auch schon dran? Ich bin mir da grad nicht sicher, ob das letztes Mal auch schon dran gestanden, ne? Ähm... Moment, Scum... Äh, doch Scum Bar, genau. Da wollen wir rein. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Vielleicht müssten wir das denen auch geben. Weil ich befürchte, dass die selber nicht kochen. Ähm... Kannst du damit etwas anfangen? Anscheinend ja. Ich habe das gefunden, in der Gouverneur-Mansion. Wow, Guybrush! Ich weiß nicht, wie du wusste, dass ich das brauchte. Aber das mysteriöse Dich muss da drin sein. Ich habe keine Ahnung, welcher es sein wird. Also... Ich muss sie alle machen. Ich hätte besser gearbeitet. Danke, Guybrush! Hm... Das wird gut sein. Schöner Innovation. Wir gehen einfach mal mit dem Mob davon. Ähm... Oder auch nicht. Das war jetzt grad voll Psycho. Mob-Raub. Ich dachte, wir könnten jetzt... Was ist das? Ja... Kann ich dir wieder fragen, was ich muss machen? Sicher! Aus welchem Holz sagtest du es der Baum? Also wir müssen auf jeden Fall... gehe ich mal stark von aus... in den Wald reinkommen. Das heißt, wir brauchen da eine Karte. Eventuell müssten wir bei ihm noch eine Karte anfragen können bei dem einen. Ähm... Naja... Den Rest haben wir ja eigentlich schon alles gehört. Jetzt, wo war ich? Sieht so, wie viel, aber okay. Es ist definitiv ein Mob. Er wird nie wieder klopfen. Ich erinnere mich, als ob es vorhin war. Tja... Ob ich jetzt hier irgendwas vielleicht machen muss, damit ich den mitbekommen kann? Kommt gut aus. Drei Teespaar in einem Teespaar. Ops. Oh, naja... Probierlich gut. Muss ich wirklich so oft salzen? Nicht viel zu tun. Ja... Holzmöwe ansehen. Hatten wir das letztes Mal gemacht? Die Karte sagt, In memory of looming Seagulls of old. Doch, doch, doch. Hatten wir gemacht. Ähm... Ja, das Problem ist... Er wird nie wieder klopfen. 16 Cups in einem Gallen. Moment. In den Eimer schauen? Ehh... Es ist mit wunderschönes Wasser. Das Problem ist, wir müssen den entweder ablenken oder wir können diesen Mob gar nicht benutzen, weil wir wirklich einen machen müssen. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich behalte das auf jeden Fall erstmal im Hinterkopf. Ähm... Ich würde allerdings jetzt erstmal gerne... Äh... Wie komme ich dann jetzt nochmal hin? Zu dem einen Kartentypen... Ne, halt, stopp. Ah, war der das nicht hier gerade? Genau, Wall-E. Ich muss dann immer an Wall-E denken, irgendwie. Ähm... Karten... Karten... Kisten... Preiswerte Karten... Schicke Karten... Ich brauche eigentlich eine Karte aus dem Wald. Gucken, ob wir das bei ihm... Hey Wall-E. Ähm... Sag mir nochmal, was du brauchst, um mir eine Karte zum Mob-Baum zu machen. Ach so. Sag mir wieder was du brauchst, um mir eine Karte zum Mob-Baum zu machen. Ein Splitter? Sag mir wieder was du brauchst, um mir eine Karte zum Mob-Baum zu machen. Ein Splitter des Holzes? Bye. Ach... Moment... Also eine Sache möchte ich jetzt in der Folge noch ausprobieren, weil ich will die jetzt auch nicht zu lange überziehen. Wir haben noch ein Messer. Und wir können theoretisch den Mob bis nachher draußen zum Beispiel mitnehmen. So, wenn wir jetzt das Messer... Ja... Über den Holz-Splitter reflektieren. Ja, das müssen wir nicht unbedingt... Okay. Dann stellen wir den wieder zurück. Ja. Perfekt. Perfekt. Ich hoffe, dem Koch fällt es nicht auf, dass das schon ein ganz klein bisschen kaputt geworden ist. Ähm... Wolli... Wir haben deinen Splitter, den du haben wolltest. Wolli... Wolli... Hier ist ein Sample des Holz, den du wolltest. Könntest du mir jetzt eine Karte machen? Wolli... Das... Könnte das Haus der Gouverneurin sein? Oder nennt man das dann Gouvernante? Keine Ahnung. Ähm... Ich habe aber keine Ahnung, wie der Weg jetzt genau ist, weil das ist... Achso, es waren zwei Wege. Wir sind, glaube ich, den Linken gegangen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich mache mir auf jeden Fall mal kurz ein Foto davon, damit ich das nicht immer wieder öffnen muss. Fotografiere ich das mal kurz ab. So. Zack. Dann würde ich sagen... So. Dass wir jetzt erstmal hier rausgehen. Ähm... Die Gouverneurin wird da... Und da, ne? Das kann auch doppelklicken, oder? Das vergesse ich immer wieder. Das ist übrigens eine sehr geile Sache. Kann man hier links auch noch weiter? Ne, da stürzt ich ja eigentlich nur noch runter, ne? Okay, er macht das nicht. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir hier dann erstmal stehen bleiben werden. Als kleine Erinnerung, dass wir dann in der nächsten Folge schauen, ob wir mit der Karte irgendwie durch den Wald kommen. Zu dem Punkt, wo wir dann tatsächlich dieses Holz bekommen. Und... Ja, was wir dann als Wischmob nehmen, weiß ich noch nicht. Achso, wahrscheinlich dann diese Schnur hier. Vielleicht soll das der Wischmob werden, oder so. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir auch das Plüschtier auseinander nehmen, oder so. Keine Ahnung. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge nicht allzu lange wird. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! 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 Ciao!